Nach der Anbahn. Nach der Anbahn heißt den Anbahnhof. Das ist ein Mann. Nach der Anbahnhof. Nach der Anbahnhof. Der Anbahnhof. Nach der Anbahnhof. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Jalla, jalla! Hey, das ist doch dein Gesicht auf den Aushängen! Hey, das ist doch dein Gesicht auf den Aushängen! Hey, das ist doch dein Gesicht auf den Aushängen! Es tut mir so leid wie dir! Ja! Ich dir! Wir werden einander eine Audienz gewähren! Doch zuerst muss ich etwas wissen! Ja! Warum bist du wie ein Bauer gekleidet? Vielleicht habe ich dir weniger zu erzählen als ich dachte! Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wie die Zeit ohne mich für dich war! Und du? Du lebst doch hoffentlich nicht hier, oder? Weniger leben, mehr arbeiten! Woran? Woher kenne ich das? Du hast es gesehen! Auf diesen Dingen aus dem Winterpalast! Ich habe versucht, mich an alle Besonderheiten zu erinnern! Du hast dich die ganze Zeit mit diesem Zeichen beschäftigt? Warum? Weil auch ich es schon einmal sah! Ich weiß nicht mehr wo oder wann! Nur, dass ich es kenne! Was es auch sein mag, es ruft nach mir! Ich habe vor, sein Geheimnis zu lüften! Und du solltest das auch! Ja, aber natürlich ruft die Pflicht! Hör schon auf! Ich werde es im Kopf behalten! Wenn du dann mehr Zeit außerhalb dieser muffigen Mauern verbringst als dahinter! Du sorgst dich wirklich um jeden, oder Basim? Wir sehen uns dann! Der Orden der Elbe! Der Orden der Elbe!